Was? Das erste Spiel? Oder das war das erste Spiel? Wisst ihr, ich brauch mich nicht einzuspielen. Ich bin gut. Pickschnack. Eine Fingung ist gut. Ja gut, Despacito und sowas ist halt ein ganz anderes Publikum an. Zogelow Squad können wir gleich mal versuchen. Im Dezember kommen die 1.87 und so zu uns nach Karlsruhe. Ich überlege mir, ob ich da hingehe. Jpg3 habe ich mir noch nicht voll bestellt, aber ich will es mir in demnächst machen. Ich sage, ich bestelle das. Guck mal, ich gehe gleich wieder mit meiner Freundin ins Fitness und so. Dann beeile ich mich immer und dann ist schon wieder der Tag rum. Am nächsten Tag sage ich in der Uni, oh, ich bestelle mir das heute. Dann gehe ich streamen, mache wieder abends was. Oh, der Tag ist wieder rum, ich bestelle es morgen so. Keine Ahnung, ich vergesse das immer. Da vorne war er. Haben die die Schritte gesehen? Der hat einen Scheiß. Ey, der hatte das gleiche wie ich letztens, Leute. Wisst ihr noch, guck mal. Guck mal hier, das ist so schlecht. Letztens habe ich auch mit einem gefightet und bin genau hier drin stecken geblieben. War das gestern, Leute? Habe ich nicht gestern genauso gespielt und dann bin ich genau im gleichen Loch stecken geblieben? Der arme, Alter. Hier wohnst du gerade zu. Ja, moin, Sebastian. Lol, der hatte genau den gleichen Shit wie ich gestern. Das war hier. Der habe ich auch mit einem gefightet und bin da... Das müssen die fixen. Ohne Spaß, das ist übel lame. Ne, mein Freund arbeitet nicht im Krankenhaus. Die hat mal im Krankenhaus Praktikum gemacht, aber hat ihr nicht so gefallen. Ja, habe ich eine Hütte vergessen? Ja, das kann sein, aber da ist meistens eh keine Kiste. Habe ich noch ein bisschen Stein mit und dann rasieren wir hier die Bude. Was du nur einen Tag mit in die Luft kriegen kannst, ist das ein Jump Pad, Bro. Ist kein... Ist kein Trank. Das nervt mich ein bisschen, wenn ich die Leute nicht finde. Wenn die dann von hinten angeschissen kommen. Das hasse ich. Äh... Try it in der Nähe von Hamburg. Was sag ich dann? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin so hart auf ihn drauf, Alter. Jetzt ist der Headshot connected. Also manchmal... Ich habe gewusst, dass der da irgendwo ist. Oder hat die Waffe benutzt. Er hat aber ein schlechtes Aiming gehabt, damit er nicht getroffen hat. Mit der Freiwilligen Feuerwehr ist auch klar. Ja, glaube ich dir. Aber ich sehe da auch bestimmt krasse Sachen. Also mein Vater hat mir manchmal richtig brutale Storys erzählt, die ich auch hier eigentlich nicht erzählen will. Aber... Ja Leute, das ist nicht immer ganz lustig, was ihr da für Unfälle seht oder mitbekommt. Also... Da muss man schon krass sein. Also... Man muss das wegstecken können. Keine Ahnung, ob ich das könnte. Ich habe schon vieles im Internet gesehen von Leuten. Aber ob das im echten Leben noch zu sehen ist, ist halt wie eine ganz andere Geschichte. Liste. Lust auf du. Später können wir später eine Runde zocken. Och nee. Der kommt gerade. Seht ihr das? Kann nichts machen. Kann nichts machen. Den Chat... Was? Der Chat war dann totes Hotel. Wieso? Und wenn ihr... Das gibt mehr Klicks. da ist der busch wenn er geämpft hat er mich gesehen ich weiß dass der bruchstelle im haus steht oder ist da drin wo die wissen da raus der erste einfach hinter dem haus links seht ihr das er kann dahinter sein nach welchen gebürt oder es tot was hat er gemacht wir denke ich sehe nicht eine goldene sky ich dachte schon wieso macht er so viel schaden wie kam der davor das habe ich jetzt nicht verstanden wer hat er mich ausgespielt der ist im haus leute wer hat er mich ich habe doch die ganze zeit hingeschaut wäre das geschafft ich verstehe wie er das geschafft hat hier mal lieber zwei scars mit weil das macht eigentlich viel mehr sinn ich weiß nicht ob es die season oder daran gebaut da drüben ich habe keine sniper wie soll ich jetzt kill da hat mich gesehen kotzt mich in die kotzt mich nicht an lunge was macht er denn wie so ein wild gewordenes huhn rennt da rum mein gott den schlürfer wer hat geschossen da oben oder da hinter mir da drüben sind noch andere zwei die feinten jetzt auch gleich die werden vielleicht zu zweit falten einer lebt noch gut hier drüben müssen wir hier noch töten ja der hat den gekillt was hatte der noch ne dafür gehe ich jetzt nicht mehr rein der typ ist da drin halt andere weiß nicht wo der ist das hat bisschen lame er baut sich das den shit weiter auf ob der in der zone ist einer ist noch unbekannt das hasse ich halt mit einer unbekannt ist weil der gammelt jetzt im ersten busch oder er gammelt im busch oder es am rand der map was bis wir beide feiten so was auch letztes mal und dann kommt er von hinten und der killt dich halt das sind halt die kack noobs oh da ist der airdrop gut dann haben wir noch gegen einen zu spielen er hat wieder am rand gegammelt der andere war da in seiner hütte drin ja hallo 4 4 ich drück doch die 4 wer ist da noch da oben aber wer ist da unten what the fuck was das erste spiel das erste spiel wisst ihr ich brauche mich nicht einzuspielen ich bin gut ich bin ein bisschen ich bin gut das ist windows es war ich bin es war ich bin hier